ja da gut sind wir haben noch eins vor uns glaube ich ein gebiet wo wir natürlich rennen müssen jetzt ja hier um und kein mann mehr verdammt erledigen die damit jetzt nicht nachkommen und stimmt einfach okay ich finde es immer so cool wie die wie die ganzen ganzen händler hier einfach reinrennen und sich töten lassen von den sporen aber ja sie machen uns den weg frei also sage ich nichts dazu und hier müsste einer sein also ich glaube ich glaube ja ich habe sie dass ich nur eine dämonentür vergessen habe aber erst mal so jetzt die schüttliche truhe die haben wir hier es ist eine 15er truhe also was haben wir hier drin ja genau das ist die das ist arkins anbrust also das gegenstück zu es kommt bogen aber ich glaube vom schaden her ist die schwächer ja viel schwächer aber dafür hast du eine silber verstärkung der flammen verstärkung und eine feuer verstärkung das heißt es nicht bisher gut für für ja für die werbe fällt ich nehme es auch mal kurz okay aber war das coole an der armbrust ist der schütze einmal aufladen und dann schießt dann die falsche richtung ich habe ich habe armbrust nie gemocht denn ich bin ja wirklich nie mit armbrust gespielt auch hat auch guten grund ja eine dämonentür haben wir noch da hinten aber die kommt erst mal später also moment dann haben wir jetzt das können wir auch weg streichen bei dem darkwood see das heißt wir haben noch fünf und dann muss ich grad gucken wie es am logischsten mache ja okay das heißt wir porten uns hier weg kommen wir treffen mich jetzt gut und nach grabhügel fällt die nächste truhe ist dann bei grays haus bei dem alten grey haus und da kriegen wahrscheinlich wieder irgendeine legendäre waffe oder sowas ich weiß es nicht aber die legendären waffen sammle ich einfach alle mal nur damit ihr sie mal seht und damit ich das spiel komplett durch habe 100 prozent naja vielleicht nicht ganz 100 prozent weil ich keine nebenmission gemacht habe oder so aber aber naja das ist nicht so tragisch und gegner 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 jetzt kann ich einsetzen okay also hier muss irgendwo eine truhe sein ich weiß nicht ob die hinter dem haus ist oder oder oben oben wahrscheinlich also hier ist nix da muss sie drin sein also ob wir hier rein und gehen die treppe hoch und da ist sie es ist eine zehner truhe könnte was drin sein eine schärfe verstärkung naja nicht wirklich was was ich mir erwartet hatte ich meine das kann man sich auch im laden kaufen na gut egal ist da nichts dazu dann haben wir noch den kreis der toten die wittschuld steine und die richter höhle da muss ich gerade gucken auf der karte wie ich das am besten mache jetzt weil kreis der toten das ist moment hier kreis der toten da kann man sich mit viel friedhof zu teleportieren und gehen wir da erstmal hin gehen wir gehen wir dahin das ist der naja ich habe doch gerade nicht wirklich ein system also muss nicht spielt hier teleportieren wir wollten nicht beim ersten mal ja letzt viel friedhof und wir müssen zweimal weiter laufen wie man jetzt gesehen hat sind auf der karte das heißt das hier noch mal ein weg ich hoffe es kommen nicht so viele gegner dass ich mich schon porten kann also porten nicht sondern so dashen so ja 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 und scheinen keine gegner zu kommen das gefällt mir schon ok treppen hoch muss ich darf ich nicht aber jetzt wieder ich weiß gar nicht ob das noch weiter geht wenn man wenn man wenn man den skill erhöht werde ich ausprobieren kreis der toten hier sollte noch irgendwo eine neue eine truhe stehen da müssen wir jetzt gucken weil ich selber keine ahnung habe wo die ist hier eine zehner truhe mit einer durchdringungsverstärkung wieder mal nichts was man braucht wer legt hier kevin robo der große ok ja benjamin blümchen also grabsteine steht da immer so mist drauf ok da haben wir noch die witchwood steine und die richterhöhle da wo wir gegen da wo wir gegen und und da wo wir gegen donner gekämpft haben zum beim ersten mal und der hält was aus ja da warten wir noch bis er explodiert und sammeln mal wieder schön oh ein schwarzer rubin und das ist dann der nächste nein das hier und ja gut wenn der der wirft drei der letzte hat keine drei geworfen deshalb wird sie mein schild beim wieder so und meine erfahrungspunkte und wieder ein schwarzer rubin und ich will kein feuerball machen lasst es ja ich finde die schwarzer rubin sehen cool aus zumindest hier links wenn man sie bekommt wenn wir da sind dann irgendwie komisch aus aber naja also hier witchwood steine hier muss die tour irgendwo sein ich weiß aber nicht wo so so peng also das schon mal nicht ganz so durch weil ich muss gucken wo die ist ähm hier unten glaube ich nicht hier haben wir sie nicht hier haben wir sie auch nicht da haben wir noch eine truhe die wir gar nicht aufgemacht haben ja naja kettenpanzerhandschuhe aber wo ist die silberschlüsseltruhe ähm nein 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 ähm wo ist die ich bin ich da schon vielleicht vorbeigedasht dass sie hier irgendwo ist aber ne ne die ist ja hier drin ah stimmt also da hat die homepage wohl nachgeguckt habe aber nicht gut aufgepasst stimmt die war hier drin die ist hier drin irgendwo ja genau da hinten weil da wo ich geguckt habe auf der homepage da stand witchwood steine verbessert das mal also hier 15 mit einer gesundheitsverstärkung warum rede ich momentan nur Verstärkungen was soll der scheiß das heißt die mit steine die haben wir auch das heißt nur noch die richterhöhle und dazu müssen wir ähm ich weiß nicht ob es da noch was anderes gibt wo wir uns hinbauen können dann gucke ich erstmal auf Karte ich wüsste wir könnten nach Süd-Bowerstone gehen aber ähm ah ich will ach kann man nicht einfach so ziehen die Karte das regt mich so auf ach ok komm ähm ja wir gehen zu Litch genau der w w w w Vielen Dank.